okay okay das war die höhle und ich krieg warum hab ich kein holz mitgenommen ich durfte man hätte ich mir jetzt eine rüstung schmieden können das riecht mich voll auf gerade welche wenigstens ein bisschen war wollte ich gar nicht drücken welche wenigstens ein bisschen gewappnet gewesen ich glaube ich erst mal hier raus und wenn ich den ausgang wiederfinden sollte ja 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 sehr gut hier ist nichts okay hierher hierher okay zum glück habe ich so gut ausgeleuchtet genau moment hier habe ich geguckt hierher genau ja super so müsste eigentlich auch hoffentlich schon tag sein die jahr tag halleluja und es regnet wunderbar naja was soll's wir wollen uns mal nicht beklagen ja 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 du dreck sagt also äh pisser da habe ich in schock gerade gekriegt wo kann der denn her ja wahrscheinlich von oben das ding kennzeichnet ich mir erst mal übertrieben ich glaube nicht oder So, sollte man ja eigentlich wieder finden. Gut, jetzt kommt natürlich die Frage, wie finde ich wieder zurück? Oh, Creeper! Geh weg! Verpiss dich, Alter! Boah, Glückwunsch. Okay, ähm... Ich würde jetzt mal vermuten, dass ich in diese Richtung laufen müsste. Boah, die werde ich nie wiederfinden, die Höhle. Okay, gucken wir mal. Oder ich müsste mir da quasi so ein Wehchen machen. Boah, Junge, du doofes Schaf. Okay. Was willst du denn an, da? Komm her, ich hole mich kaputt. Lappen. Okay, hier komme ich auch nirgends wo durch. Ja, ganz geil. Boah, was für ein verkackter Ort. So, da hoch anscheinend, ne? So, ich bin froh, wenn ich in sicheren Gefühlen bin. Okay, zack, 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 zack. Ach, ist das nass. Ich glaube, ich finde mein Haus, oder? Hier, äh, ja. Ich glaube, da müsste das irgendwo sein. Hoffe ich. Das ist nur ein Schaf. Äh, ja, 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 ich habe es gefunden, glaube ich, oder? Bitte, 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 bitte. Ich glaube, ja. Oder auch nicht. Tschö, Ronybo! Au! Okay. Ich glaube, da drüben. Ich denke mal, ich werde hier aus... Was ist das? Ne, ernsthaft, was ist das? Ein Dungeon? Das gibt es nicht direkt vor meiner Haustür. Hier weg. Den schnell abbauen. Ja, Gott sei Dank. Krass, okay. Ja, schön, habe ich einen Dungeon gefunden. Gefällt mir. So, was haben wir denn da drin? Sehr schön. Und Eisen. Wunderbar. Und ein Sattel. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Sattel überhaupt benutzen können. Und zack, zack. Redstone haben wir hier. Sattel, Sattel, Sattel. Ganz wunderbar. Okay. Ah, okay. Ich müsste eigentlich in der Nähe von meinen Häusten sein. Ich denke mal, dass ich immer in die falsche Richtung renne. Ja, genau, hier bin ich richtig, da drüben. Da ist mein kleines Feld. Mhm, 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 mhm. Sehr schön. Da ist es. Oh. Zack. Und Weizenkörner. Und zack. Und zack. Hm. Ich habe ja Knochenmehl, ne? Zack. Obwohl, kann ich ja... Mal so ein bisschen hier für... Mohn? Okay. Okay, da war nichts, ne? Gut. So, gehen wir jetzt erstmal in meine Hütte rein. Die Hülle ist da in dieser Richtung. Und ein Blümchen setzen wir hin. Zack. Einen Akzent setzen, sozusagen. Oh, Gott sei Dank. Äh, Eisenerz. Das schmelzen wir jetzt erstmal ein. Mh, Krimskrams. Zack, zack. Ich glaube, so viele Sattel brauche ich nie im... Leben. Zack, zack, zack. Hm, einmal. Erde. Nächstes Mal nimmst du Holz mit. Äh, Bruchstein. Äh, das brauche ich auch nicht. Fackeln, immer. Äh, 18 Fackeln. Die kommen auch noch mit. Tauschen wir hier. Eisenachs. Eisenbarren. Da machen wir uns jetzt mal ein Schwert mit, oder? Ja, machen wir uns jetzt ein Schwert. Öh, 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 zack. Zack, zack. Ein Eisenschwert. Bah. So, Redstone. Kommt hier rein. Verrottetes Fleisch. Löwenzahn brauchen wir auch nicht. Schwarzpulver, Sand, Weizenkörner können wir noch gebrauchen. Dann brauche ich gleich nochmal die Hacke. Äh, jetzt machen wir uns Brot. Eins, zwei, drei. Zack. So, ich bezweifle ja, ob uns das Brot so dermaßen satt macht. War natürlich klar. So, und jetzt machen wir uns schnell noch ein Beet hier fertig. Zack, zack, ähm, zack, zack. Ähm, zack. Und dann die Körner. Sechs Stücke mal gegangen. Und, 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 und. Eins, zwei, drei, vier. Und zack, zack. Zack, so sehr schön. Ja, perfekto. So, dann können wir das quasi hier so, äh, direkt dran pflanzen. Mh, hm. Zack, zack. Und eins, zwei, zack. Und ein Feuerstein. Erstmal so ein kleines Ding. So. Okay, was war da? Irgendwann was drin? Feuerstein und das. Okay. So. Sehr gut. Dann, äh, 16. Dann werden wir uns jetzt mal, äh, eine Spitzacke machen. Einmal. Und Holz habe ich, glaube ich, keins mehr, ne? Ne. Gut, dann werden wir jetzt Holzacken. Schade, dass man nicht krank werden kann in Minecraft. Wäre ja auch lustig. Haha, sehr gut. Zack. Okay. Okay. Und jetzt...